Im allgemeinen meiden wilde Tiere den Kontakt mit Menschen aus Angst, sodass ein Mann nie hätte ahnen können, welche erstaunliche Bitte eine Tigerin an ihn richten würde, als sie sich ihm näherte. Die Natur hatte schon immer eine besondere Faszination ausgeübt, und Josef war leidenschaftlich daran interessiert, sie zu erkunden. Geboren und aufgewachsen in einem kleinen ländlichen Dorf in Russland, wuchs er umgeben von einem majestätischen Wald auf, der die Gemeinde umgab. Schon als Kind wurde Josef von seinem Vater in den Wald mitgenommen, wo er lernte zu jagen, Spuren zu verfolgen und die natürliche Schönheit um ihn herum zu schätzen. Als er älter wurde, nahm Josef den Beruf des Jägers an, da er den Wald gut kannte und wusste, wie er sich schützen konnte, während er die besten Tiere erlegte. Doch er konnte sich nicht vorstellen, dass seine Leidenschaft für das wilde Leben ihn in eine Situation bringen würde, die den Verlauf seines Lebens vollständig verändern sollte. Alles begann wie ein gewöhnlicher Tag für Josef. Er stand im Morgengrauen auf und machte sich auf den Weg in den Wald, in der Hoffnung, so schnell wie möglich mit der Jagd zu beginnen. Einige Kunden hatten Fleisch bestellt, und auch seine Vorräte gingen zur Neige. Also ging er entschlossen in den Wald, um eine gute Menge Wild zu erlegen. Als der Mittag nahte, beschloss Josef, eine Pause zum Mittagessen einzulegen. Er hatte bereits einige Vögel erlegt und entschied sich, einen davon zu kochen. Obwohl er sich in einem unbekannten Teil des Waldes befand, war Josef nicht beunruhigt, da er wusste, dass er seinen eigenen Spuren zurück ins Dorf folgen konnte. Er bemerkte ein großes Licht vor sich, das auf eine Lichtung hinwies, die ihm als idealer Ort zum Ausruhen erschien. Doch als er diesen kleinen offenen Raum betrat, hätte Josef nie vorhersehen können, was er dort finden würde. In der Mitte der Lichtung stand ein Tiger. Josef erstarrte vor Angst. Das Tier hatte offenbar die Annäherung des Jägers bemerkt, da es den Blick direkt auf ihn richtete, als Josef zwischen den Bäumen erschien. Doch trotz der Überraschung zeigte der Tiger keine Anzeichen von Aggressivität. Im Gegenteil, das Tier schien unglaublich ruhig zu sein. Die Ruhe des Tieres nutzend, hob Josef schnell seine Waffe und richtete sie auf das Raubtier. Dennoch bewegte sich der große Tiger nicht, sondern schaute weiterhin den Jäger an. Josef verstand das Verhalten des Tigers nicht und wollte das schöne Tier nicht erschießen, da es keine wirkliche Bedrohung darstellte. Er beschloss daher, seine Waffe langsam zu senken und sich vorsichtig dem Raubtier zu nähern. Als der Mann sich in ihre Richtung bewegte, wich die Tigerin ein paar Schritte zurück und gab ein leises Knurren von sich, als Warnung. Während das Tier sich bewegte, bemerkte Josef, dass es sich um ein Weibchen handelte, da ihre Zitzen mit Milch gefüllt waren, was darauf hindeutete, dass sich Jungtiere in der Nähe befanden. Ein weiteres Detail, das Josef auffiel, war, dass die Tigerin sichtbar hinkte. Besorgt über den Zustand des Tieres, rief der Jäger leise nach ihr, während er sich vorsichtig näherte. Dies schien das Tier zu beruhigen, das aufhörte zu knurren und den Mann bis auf kurze Distanz an sich heranließ. Als Josef noch näher kam, stellte er fest, dass die Wunde der Tigerin viel schwerwiegender war, als er gedacht hatte. Es sah so aus, als hätte jemand versucht, auf die arme Tigerin zu schießen, wobei das Projektil ihr Bein getroffen hatte. Der Schuss war jedoch nicht präzise gewesen, und die Wunde war eindeutig infiziert, was die Gesundheit der Tigerin ernsthaft gefährdete. Als Josef den alarmierenden Zustand der Wunde sah, versuchte er sofort zu helfen, aber die Tigerin hielt ihn mit ihrem Knurren auf Abstand. Dann tat das Tier etwas wirklich Überraschendes. Sie drehte sich um und begann in Richtung des Waldrands zu gehen, aber sie blieb stehen, sobald sie die Bäume erreichte. In diesem Moment hörte Josef leises Miauen und Knurren, es waren die Jungen der Tigerin. Die große Katze hob vorsichtig eines ihrer Jungen vom Boden auf und ging, noch immer hinkend, zurück zu Josef. Als sie in seine Nähe kam, legte die Tigerin das Junge sanft zu den Füßen des Jägers. Dann ging sie zurück, um das zweite Junge zu holen, und legte es neben das erste. Josef war zutiefst verwirrt und fasziniert von dem, was gerade geschah. Er verstand nicht, was die Tigerin von ihm erwartete, und er fürchtete, was passieren könnte, wenn er versuchte, die Jungen zu berühren. Dann begann die Tigerin, sich von dem Jäger und ihren Jungen zu entfernen. Überrascht versuchte Josef, das Tier zum Warten zu bewegen, aber die Tigerin warf nur einen letzten Blick in seine Richtung, bevor sie zwischen den Bäumen verschwand. Der Jäger war fassungslos über das, was er gerade erlebt hatte, aber er wusste, dass eine Tigermutter ihre Jungen niemals ohne Grund zurücklassen würde. Er vermutete, dass die Tigerin wusste, dass ihre Zeit ablief, und wollte die Überlebenschancen ihrer Jungen sichern. Ohne den Mut, die beiden jungen Tiger allein zu lassen, nahm Josef sie in seine Arme und verließ den Wald, um nach Hause zurückzukehren. Sobald er das Dorf sicher erreicht hatte, beschloss Josef, die beiden Jungen zum örtlichen Tierarzt zu bringen. Er wollte sicherstellen, dass die kleinen Tiger gesund waren, um sie bestmöglich aufzuziehen. Der Tierarzt untersuchte die Jungen, stellte fest, dass sie gesund waren, und gab Josef Anweisungen, wie er sie pflegen sollte, einschließlich der richtigen Ernährung und der Fütterungshäufigkeit, während sie wuchsen. Der Jäger dankte dem Tierarzt und befolgte gewissenhaft die Empfehlungen, um die Tiger in seinem Haus zu versorgen. Mit der Zeit begannen die beiden Jungen, die er Sascha und Alexi nannte, zu wachsen und wurden stärker und kräftiger. Irgendwann erfuhren die Behörden des Zoos der nahegelegenen Stadt von den jungen Tigern. Sie wandten sich an Josef und boten ihm eine beträchtliche Geldsumme an, um die Jungen zu erwerben und sie in die Attraktionen des Zoos zu integrieren. Doch trotz des verlockenden finanziellen Angebots weigerte sich der Jäger, sie zu verkaufen. Er fühlte, dass er das Vertrauen der Tigerin, die ihm ihre Jungen anvertraut hatte, um sie zu schützen, verraten würde. Mit der Zeit kam der Tag, an dem die beiden Tiger bereit waren, in die Wildnis zurückzukehren. Sie waren zu prächtigen Erwachsenen herangewachsen und hatten alle notwendigen Fähigkeiten gemeistert, um alleine im Wald zu überleben. Obwohl es für Josef schwierig war, sie gehen zu sehen, wusste er, dass es das Beste für sie war, da der Wald der Ort war, zu dem sie gehörten. Obwohl Josef wusste, dass er sie wahrscheinlich nie wiedersehen würde, war er unendlich glücklich, die beiden Tiger gesund zu sehen und sie in ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren zu lassen. Teile deine Gedanken zu dieser Geschichte in den Kommentaren unten und vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, um weitere großartige Videos zu sehen.